Herzlich Willkommen bei S21-BAU-TV. Dann schaltet man die Kamera aus und dreht sich rum und merkt, man muss sie gleich wieder einschalten. Das sieht für mich aus wie Schalungselemente und Gerüstelemente kommt angeflogen für B2. Links im Bild B1 und hier vorne kommt der B2 hier, also Brillenwandkelch. Bis zum nächsten Mal. Das war's. 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 Das dauert noch ein bisschen, weil rechts schon die ersten Schrauben reinsteckt, dass das fixiert ist. Also, dann hüpfen wir mal zwischen 3 und 6 cm hier noch ein bisschen hin und her am Kran hängend. Und wenn ich den Zoom noch so lange halten kann, dann bleiben wir einfach dabei, bis es nicht gefixt ist. Das ist jetzt am zweiten Element. Und jetzt haben wir's. Passt. Jetzt ist das dritte dran. Da wackele ich mal ein bisschen rüber. Da wackele ich mal. Da wackele ich mal ein bisschen. Das war's. Das war's. Wettbewerb Zähne Das war ja. Das geht so. Das war ja. Das war ja. Das geht so. Das war ja. So. Fast. Fast. Dann schreiben wir in die Kommentare, was das ist. Spannungsgelade danke fürs zuschauen und bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal